Hi, ladies and gentlemen, I'd like to welcome you on board on the rocket to the moon. Please fasten your seatbelt, we're ready to take off. Thanks. War nicht angenehm, wenn du aus dem Urlaub kommst. Solltest du tiefenentspannt sein und dann fetzt dich erstmal den Magen und Darm weg. Geiles Gefühl, wenn du aus dem Urlaub kommst. Aber egal. Darum soll es heute nicht gehen. Ich bin auf jeden Fall wieder fit. Benji leider nicht am Start. Der ist im Ausland. Hat zwar Internet, aber so mit Funkverbindung und sowas ist es ein bisschen schwer zu timen. Deswegen die nächsten zwei Folgen jetzt wahrscheinlich wieder mit René. Dann kommen zwei Special-Folgen. Will ich aber noch nicht zu viel verraten. Das werden wir dann vielleicht auf Telegram oder YouTube dann mal ankündigen. Könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen, auch mal wieder ein bisschen mehr in das Thema Krypto, also mehr in die Tiefe reinzugehen. Will ich aber, wie gesagt, noch nicht zu viel verraten. Denn heute haben wir ein anderes Thema und zwar, auch wenn man Urlaub hat, macht man sich ja trotzdem immer so ein paar Themengedanken. Man ist mit ein paar Leuten zusammen. Über welche Themen könnte man denn sich mal so ein bisschen unterhalten im Thema Podcast. Und da sind wir auf das Thema gekommen, Wege um Geld zu sparen. Fand ich dann eigentlich einen sehr, sehr guten Aspekt. Natürlich haben wir uns jetzt schon ein bisschen unterhalten. Also privat ich mit René habe ich mich jetzt noch nicht unterhalten. Deswegen machen wir jetzt einfach mal die Folge. Und René hat auch gesagt, okay, cooles Thema. Können wir auf jeden Fall mal angehen. Weil, ich sag mal so, Urlaub oder, klar, Wege um Geld zu sparen kann man jetzt viel machen. Wir können so ein bisschen mehr auf Urlaub oder sowas tun. Und vor allem Urlaub will man ja so viel wie möglich im Jahr haben oder so viel wie möglich verreisen. Ich bin zum Beispiel so ein Reisejunkie. Ich versuche immer, sobald es möglich ist, irgendwie mal in Urlaub zu fahren, irgendwie andere Länder zu bereisen, andere, ja, Kulturen kennenzulernen. Und da sind wir im Endeffekt auf dieses Thema gekommen, weil ich doch sehr, sehr oft wegfahre und manche wiederum nur einmal im Jahr, dafür aber für 10.000 Euro und sowas. Und dann sind wir eben auf das Thema gekommen, Wege um Geld zu sparen. Und da würde ich dich jetzt gleich mal fragen, hast du besondere Wege um Geld zu sparen oder achtest du jetzt nicht unbedingt auf jeden Euro hier? Kein Geld ausgeben? Es klingt jetzt so wirklich richtig dumm, aber ich gucke, dass ich faktisch gesehen kein Geld ausgebe. Das ist so mein Ding dahinter. Ich habe mittlerweile Angst davor, so ein bisschen Geld auszugeben. Kann sich natürlich auch so ein bisschen negativ auswirken. Ich zum Beispiel, ich stecke jetzt seit schon zwei Jahren zurück von wegen in den Urlaub fliegen oder sonst irgendwas. Mein letzter Urlaub war Thailand-Urlaub. War natürlich dann halt auch ein bisschen teurer, ein bisschen weiter weg. Aber ich achte darauf, dass ich kein Geld ausgebe. Vor allen Dingen halt auch nicht für Scheiße oder sonst irgendwas. Das banalste Beispiel, was mir dazu einfach einfällt, ist, ihr geht, sag ich jetzt mal Medica einkaufen und die haben halt so eine Frischetheke und so weiter und so fort. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass vielleicht eine Frischetheke ist nicht viel, viel besser als das, was ihr im Kühlregal bekommt. Von daher mache ich da dann zum Beispiel halt mal einen Abstrich und sage, nö, Edeka ist mir zum Beispiel halt dann auch zu teuer. Dann gehe ich zum Beispiel halt auch beim Netto einkaufen. Sag ich mal, ist halt wesentlich günstiger bei vielen Produkten. Versuchen wenig, gar nicht zu rauchen oder so. Kein Geld für unnötige Scheiße ausgeben. Es sind halt jetzt so ein bisschen, sag ich mal, diese Standardsachen. Wenn ihr euch irgendwas kaufen wollt, denkt mal drei, vier Tage drüber nach, ob ihr es unbedingt haben wollt, ob ihr es braucht. Und wenn euch das dann in zwei, drei Tagen nicht mehr einfällt, dann habt ihr sowieso kein Geld ausgegeben. Wie gehst du das ganze Thema denn an der Stelle an? Ich muss echt sagen, ich sehe mich selber teilweise wirklich als geizig an. Also ich persönlich, ja, andere dann wiederum sagen, nee, so schlimm ist es dann auch nicht. Nur ich sehe das Ganze halt in dem Umfeld halt wieder so, wo ich hergekommen bin. Das ist halt auch immer so ein Punkt, wenn du, sag ich mal, mit wenig Geld aufgewachsen bist, beziehungsweise jetzt nicht hier immer das neueste Handy haben konntest oder sonst irgendwelche Sachen, dann versuchst du zumindest so viel wie möglich immer erstens beiseite natürlich zu haben. Ich versuche nicht über Pump zu leben. Das ist schon mal das erste Ding, was keiner da draußen machen sollte. Ich glaube, wir hatten das schon mal im anderen oder in einer anderen Podcast-Folge schon mal angesprochen, dass man niemals über Pump leben sollte. Das heißt, irgendwie fremdfinanziert über Kreditkarte oder sonst was. Macht das, fangt das auf jeden Fall gar nicht an. Und wie gesagt, ich bin da ziemlich geizig. Ich lebe ja auch Thema Frugalismus, hatten wir auch schon mal ein bisschen angekündigt, wo auch noch mal eine extra Folge drüber kommt. Ich versuche meine Kosten... Erklär das den Leuten mal ganz kurz. Was ist Frugalismus? Frugalismus, Gesundheit. Um es kurz zu fassen, du versuchst im Endeffekt, dein Leben auf das Nötigste zu besinnen. Das heißt, ist jetzt vielleicht ein scheiß Beispiel, zum Beispiel jetzt T-Shirt, wo ich anhabe, versuche ich alles bei mir schwarz und weiß zu tragen. Also so wirklich, dass du dir überhaupt keine Gedanken machen musst, hm, habe ich jetzt ein rotes T-Shirt, dazu brauche ich dann wieder neue Hose, damit du im Kopf gar nicht mehr auf irgendwie solche Gedanken kommst. Das hat aber auch dann schon wiederum dazu geführt, dass das ja auch wiederum ein Weg ist, Geld zu sparen, weil du dir in deinem Kopf schon wieder keine Gedanken machen musst, hm, brauche ich die Klamotten, brauche ich die Klamotten und ich kenne es privat, ich kenne es durch Freunde und sowas. Hm, jetzt habe ich beispielsweise bei Frauen, ist es ein scheiß Beispiel, kannst du auch bei Männern machen. Ich habe jetzt die Jacke, oh, die passt aber zunächst, dann brauche ich wieder ein neues T-Shirt und sowas. Das ist dann wie so... Neue Schuhe. Neue Schuhe, das kannst du endlos weiterspinnen. Zu den Schuhen brauchst du dann wieder neue Hose und so kannst du dieses Thema endlos weiterspinnen. Und deswegen bin ich halt dann vor zwei, drei Jahren Thema Frugalismus da halt ein bisschen draufgekommen. Aber dann jetzt an der Stelle mal eine Zwischenfrage. Kaufst du dir dann Markenklamotten, T-Shirts, die lange halten? Wo kaufst du deine Klamotten dann zum Beispiel ein? Ich würde jetzt bewusst keine Marke nennen. Also ich trage wenig Markenkleidung, bin ich jetzt ehrlich. Ich gehe aber jetzt auch nicht zum H&M oder so und trage die billigsten. Also ich sage mal so, für ein T-Shirt zahle ich 25, 30 Euro vielleicht. Weiß aber auch, dass die Qualität top ist. Also ich habe bis jetzt noch keins nachgekauft. Und die halten jetzt, glaube ich, schon über ein, zwei Jahre oder sowas. Und die sehen immer noch top aus. Natürlich, wenn du ein weißes T-Shirt kaufst und es zu dunklen Sachen reinhaust, dann ist es natürlich farblich dann nicht mehr ganz weiß. Aber das ist jetzt kein Grund, um zu sagen, ich kauf mir jetzt ein neues T-Shirt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt extra hier sage, ey, ich gehe jetzt in den Gucci-Store und kauf mir jetzt hier ein schwarzes T-Shirt. Das ist der größte Umfug, den man im Endeffekt machen kann, weil im Endeffekt wird es eh gleich produziert. Ja, ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Ich meine, ich weiß nicht, wer was jetzt so ein bisschen als Markenklamotten bezeichnet. Es gibt einen relativ großen Sport-Fitness-Youtuber, sage ich mal, der halt auch seine eigene Klamottenmarke hat. Und auf dem bin ich halt geschlossen am Anfang meiner Ausbildung. Und da kostet ein T-Shirt halt auch 30, 35 Euro. Für viele klingt das natürlich schon extrem viel für ein T-Shirt. Vor allen Dingen für Leute, die bei Kick, Taco oder sonst was ihre T-Shirts kaufen. Oder sei es bei Aldi mal im Angebot oder sonst irgendwas dergleichen. Im Vergleich dazu ist das natürlich viel Geld, muss man dazu sagen. Da kostet ein T-Shirt dann, was weiß ich, 7 Euro. Oder Shein, an der Stelle einmal gesagt, der größte Schmutzladen, den ich jemals gesehen habe. Oh ja. Kostet ein T-Shirt 4 Euro. Aber ich muss jetzt fairerweise dazu sagen, das T-Shirt, was ich hier anhabe, ist auch von Shein. Es hat 5 Euro gekostet. Aber normalerweise muss ich jetzt auch dazu sagen ... Soll ich jetzt oder später den Podcast leften? Nee, also ich muss echt dazu sagen, normalerweise bin ich auch kein Fan davon. Weil Qualität und was weiß ich was, da braucht man nicht viel dazu sagen. Aber ich hatte Bock da drauf. Also mir hat das T-Shirt einfach komplett gefallen. Das ist dann mal wieder so eine Ausnahme gewesen. Aber normalerweise, ich würde jetzt niemals 100.000 Teile bei Shein bestellen und sagen, jo, das ist jetzt mein Großeinkauf gewesen, würde ich niemals machen. Weil das Zeug eh nicht lange hält. Zum Beispiel, wie gesagt, Anfang der Ausbildung habe ich meine T-Shirts gekauft für 30, 35 Euro, war damals auch brutal viel Geld. Und das ist jetzt ... Ja, 7, 8 Jahre her. Und vier T-Shirts davon habe ich immer noch. Die leben immer noch. Die sind absolut super, top Qualität. Und dafür kaufe ich mir dann aber halt auch sonst nichts. Ich habe vielleicht auch Hosen von ... Auch Markenklamotten, sage ich mal ein bisschen. Kostet dann mal 70, 80 Euro oder sowas. Aber diese Hosen, die halten dann auch 5, 6, 7 Jahre bei mir. Und wunderbar. Dadurch kann man dann halt auch Geld sparen. Oder was ich auch sehr, sehr effektiv finde, macht euch ... Der wirklich effektivste Tipp, am Anfang des Monats wird gespart, wenn Geld reinkommt. Direkt Knete beiseite legen, was ihr beiseite haben wollt. Und versucht mit dem Rest, was ihr übrig habt. Nicht versucht, kommt mit dem Rest, was ihr übrig habt, zurecht. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, trackt mal so eure Ausgaben. Also so, wenn du jetzt sagst, okay, du hast ja jetzt Beispiel genannt mit ... Das, was du übrig haben willst, irgendwie am Anfang des Monats, tust gleich beiseite und sowas. Beziehungsweise damit sollst du zurechtkommen. Wenn du jetzt aber gleich dazu sagst, okay, ich check meine Ausgaben, die ich letzten Monat hatte. Guck, okay, was sind meine Fixausgaben. An Miete und sowas kannst du nichts, Deichsel. Das muss gefixt sein, fertig. Daran kannst du nichts machen. Aber sonst so die Ausgaben. Letzten Monat, im Monat, davor habe ich 200 Euro fürs Shoppen ausgegeben. Brauche ich das wirklich? Das sind nämlich immer so die Argumente. Deswegen sind wir nämlich im Urlaub draufgekommen. Weil das nämlich so ein Punkt war, ja, hier Freundin XYZ, die shoppt jeden Monat für 200 Euro und sie sagt dann zu mir, ah, irgendwie, du fährst so oft in Urlaub und ich kann mir das gar nicht leisten. Dann denke ich mir immer so, trackt doch mal einfach eure Ausgaben. Wo gebt ihr euer Geld aus im Endeffekt? Wie oft habt ihr die Sachen an? Weil das ist dann auch so dieser Shopping-Wahn, der sehr, sehr gerne überall in der ganzen Gesellschaft mittlerweile meiner Meinung nach läuft. Jeder muss das Neueste haben. Jeder braucht das. Und dann kommen wir eben in diesen Trudel, wo wir gleich am Anfang vom Podcast jetzt hatten, dass du dann immer wieder das und das und das brauchst. Und wo dann schon diese Unterschiede im Endeffekt anfangen. Deswegen bin ich ein Fan davon, mal die Ausgaben so zu tracken, so über ein, zwei Monate. Und dann zu gucken, okay, vielleicht doch ein ordentlicher Batzen, wo ich da und da ausgegeben habe. Ist ein Punkt. Mach ich persönlich jetzt zum Beispiel halt quasi nicht. Ich hab halt, sag ich mal, auch meine Fixkosten. Die lege ich alle raus. Wunderbar. Feierabend, Anfang des Monats und der Rest, alles kommt dann direkt auf Seite. Und ansonsten, man kann ja auch mal überlegen, muss man unbedingt jeden Tag Fleisch essen zum Beispiel? Angebote kaufen. Zum Beispiel auch eine super Gelegenheit. Es sind manchmal die Kleinigkeiten. Zum Beispiel jetzt wieder ein dümmstes Beispiel. Die ein oder anderen werden lachen. Netto hat im Angebot, was ist das gewesen? Acht Flaschen Weichspüler für einen Zehner. Jetzt rate mal an der Stelle, wie viele Flaschen Weichspüler ich gekauft habe. Acht. Nein. Hast du noch mehr gekauft? 24. Du kannst auch einen Weichspüler, jetzt mal so als Tipp von mir, du kannst einen Weichspüler weglassen, das kannst du dir sparen. Das ist, das ist, das ist, glaube ich so. Ja, könnte man machen. Das ist, glaube ich, so das Unnötigste, was du dir, glaube ich, kaufen kannst, oder? Ich kenne keinen Menschen in meiner Umgebung, der sich Weichspüler kauft. Und ich habe hier, ich habe hier genau zwei Flaschen Weichspüler stehen. Weißt du, warum ich die da habe? Weil man die testen konnte, gratis. Auch gut. So, aber war halt jetzt vielleicht an der Stelle auch ein Negativbeispiel. Die haben auch passierte Tomaten im Angebot gehabt, sechs Stück für, keine Ahnung, Hälfte des Preises oder so. Ja. Was glaubst du, wie viele ich davon kaufe? Viel, weil das hält sich, das kannst du ewig. Genau, mal eben locker 36 Stück oder so. Nach Angeboten kaufen, nicht nach Nachfrage, sondern konstant nach Angeboten kaufen. Oder generell einfach mal nach Essensliste. Zum Beispiel auch was. Kenne ich auch viele, die ohne Einkaufsliste einkaufen gehen. Und dann stehst du da, hm, was brauche ich jetzt noch mal? Ah, das sieht aber auch lecker aus und sowas. Das sind so Kleinigkeiten, wo du sparen kannst. Und ich glaube, viele bei mir in der Gruppe haben es auch schon mal mitbekommen. Ich bin so ein, ich bin vielleicht da ein bisschen übertrieben. Ich bin so ein Typ, der ist dann so, ich weiß nicht, so von MyDeals, sagt dir das was? Ja, sagt mir was. Und da gibt es halt auch immer so Gruppen, die so zum Gratis-Testen und sowas. Und ich bin so absoluter Fan davon, von diesen Gratis-Testen-Dingern. Ich gehe da in den Laden, zum Beispiel, deswegen habe ich Weichspüler da. Oder ich habe Waschmittel im Überfluss. Ich habe letztes Jahr, keine Ahnung, konntest du so viel Waschmittel testen, ich habe das dann gespendet an irgendwelche Organisationen, die es haben wollten, weil ich mir dachte, jo, ist eh umsonst, was will ich? Ich brauche kein Waschmittel für 20 Jahre hier. Ich kann eh jeden Monat gefühlt neu testen. Wo du im Endeffekt das Produkt kaufst, einen Kassenzettel hochlädst und du kriegst das Geld wieder. Natürlich ist damit Aufwand verbunden, aber ich würde damit sagen, ich habe damit schon einige hundert Euro gespart. Allein mit so Grunddingern wie Spülmittel, Waschmittel, was weiß ich was. Du kannst da so viel testen heutzutage. Jeden Schrott gefühlt. Und das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Tipp, wo ich euch vielleicht auch mal nahelegen kann. Meldet euch mal bei MyDeals an, aber auch nur nutzen, wenn ihr was braucht. Weil das ist nämlich dann der nächste Verlockende. Du hast dann so eine geile App, wo dann, oh, hier trudeln. Und vor allem, du kannst hier Schlagworte machen. Und ich habe mal nach einem Bildschirm gesucht, nach einem speziellen. Sag jetzt auch keine Marke, der steht hier vor mir. Und dann kriegst du dauernd wieder Benachrichtigungen. Hey, hier ist der Bildschirm, hier ist der Bildschirm. Und dann denkst du so, oh ja, und dann noch ein Bildschirm und sowas. Vor allem diese Beispiele halt jetzt bei uns hier mit YouTube. Da brauchst du halt einen Bildschirm oder zwei oder drei oder je nachdem, wie viel du halt willst. Und dann denkst du so, oh ja, das Angebot und so. Das kann natürlich auch wieder gefährlich enden. Also nur auf Vergleichsportale oder sowas auch nur nutzen, wenn du das Zeug wirklich brauchst. Weil das kann ganz schnell in eine andere Kostenfalle gehen. Und dann landen da Produkte in eurem Warenkorb, die ihr eigentlich gar nicht mehr gebrauchen könnt. Kann man dann auch wieder so ein bisschen diese Überleitung machen zum Thema Suchtpotenzial. Kaufen macht süchtig. Kaufen macht kurzfristig glücklich. Aber langfristig halt nicht. Und am Ende des Tages, ich weiß nicht, der ein oder andere kennt das vielleicht, bereut man das am Ende des Tages sogar. Hat dann ein schlechtes Gewissen, weil man hier zu viel Geld ausgegeben hat, da zu viel Geld ausgegeben hat. Und aus Frust geht man dann noch mehr kaufen. Ich weiß nicht, der ein oder andere kennt das ja vielleicht. Aber das ist dann halt auch diese türkische Suchtfalle so ein bisschen dahinter. Kaufen macht Spaß, Geld ausgeben macht Spaß in den Läden. Dieses Bling-Bling und alles immer sehen. Lasst es sein. Kaufsucht ist, glaube ich, weit verbreitet. Also indirekte Kaufsucht, glaube ich, wo viele, glaube ich, gar nicht so mit rechnen. Was wären jetzt so deine nächsten Ausgaben, die für dich anstehen, die so ein bisschen größer sind an der Stelle, wo du sagst, boah, daran knabberst du so ein bisschen, dafür Geld auszugeben. Ja, komm, hau mal raus. Wir machen dir jetzt eine Retail-Runde. Was ich brauche oder was? Oder wo ich weiß, das kommt jetzt oder wie? Beides. Bin ich ehrlich, ich habe momentan eigentlich nichts, was ich brauchen wollen würde. Da hast du jetzt einen Falschen gefragt, weil ich brauche echt ... Das Ding ist halt auch ... Du weißt, ich hatte Geburtstag und so. Habe ich jetzt nicht öffentlich gemacht, aber du weißt es natürlich. Happy Birthday to you. Kurze Story. Kann ich mal kurz dazwischenwerfen, weil es einfach verdammt lustig ist. Wir sind ja heimgefahren aus Wien, wo wir Rückflug hatten nachts und das war die Nacht auf meinen Geburtstag. Und ich habe einfach meinen Geburtstag nachts auf einer fucking Raststätte verbracht. Und dann wurde mir zwischen Pissgeruch, Kotzgeruch und ihr wisst alle, wie es auf so einer scheiß Raststätte stinkt, wurde mir Happy Birthday gesungen. Das sind Momente, die werden dir nie wieder aus dem Kopf gehen. Ich fand es absolut geil. Aber mir war auch kotzübel einfach. Aber das musste ich jetzt einfach dazu erzählen. Sorry, aber hat zwar nichts mit dem Thema zu tun, aber ich fand es einfach lustig. Auf jeden Fall, ja, wegen Geburtstag nochmal. Du wirst ja auch immer gefragt, was wünschst du dir, etc. Ich habe momentan einfach nichts, wo ich sagen würde, Alter, ich brauche das jetzt unbedingt. Hast du was? Mir würden jetzt so zwei, drei Sachen halt einfallen, die ich mir aber auch eigentlich selber organisieren werde, langfristig gesehen. Ein paar Sachen fehlen mir für meinen Setup halt noch. Die einen oder anderen werden sagen, es ist Snorkeln auf verdammt hohem Niveau. Der andere, der sich halt auch vielleicht so ein bisschen mit Programmieren beschäftigt, ich brauche ganz dringend eigentlich für mein MacBook diese aufklappbaren Bildschirme, wo du noch zwei weitere dran hast. Weil das ist absolut beknackt, wenn du dir ein Tutorial auf dem Bildschirm anguckst und nebenbei mitprogrammieren möchtest, um das Ganze zu lernen. Das funktioniert einfach leider mit einem Bildschirm nicht. So, ich meine, ich kann mich hier an meinem Setup setzen. So, ungelogen Leute, technisch gesehen habe ich vier Bildschirme, praktisch kann man sie auf fünf aufsplitten. So, das ist, eigentlich braucht man eigentlich alles am Ende des Tages gar nicht. Ich könnte mich jetzt rechtfertigen dafür. Auf einem habe ich meinen Chart offen, auf einem habe ich Spotify offen, auf dem anderen habe ich Twitch offen, auf dem anderen habe ich YouTube offen und auf dem fünften habe ich OBS. Wunderbar, alle Bildschirme voll. So, jetzt mal ganz kurz zu dem Thema. Aber ich bräuchte eigentlich diese Bildschirme zum Aufklappen. Das Problem ist, so ein Ding kosten mal eben 300, 400 Euro und das sehe ich halt einfach auch nicht ein auszugeben. Und wünschen kannst du dir diesen Kram von jemandem eigentlich halt einfach auch nicht. Weil es halt einfach faktisch gesehen viel zu teuer ist. Zum anderen, Geburtstag habe ich nie wirklich viel Wert darauf gelegt. So, ist ein Tag wie jeder andere. Hilf, hilf, hurra, scheiß drauf. So, mir doch egal. Also, da sollte man meiner Mutter wesentlich eher gratulieren als mir. Die hat die Leistung an dem Tag gebracht. Nicht ich, ich habe nichts gedacht. Ja. Ja, hast du recht. Ansonsten könnte ich noch einen kleinen Linux-Laptop gebrauchen, um mir langfristig gesehen selber die Bitcoin-Blockchain hier laufen lassen nebenbei. Als eigenen Knotenpunkt. Aber ansonsten, was brauche ich? Nicht viel. Langfristig gesehen vielleicht eine Van mit einem fahrenden Setup drin, um die Welt zu bereisen. Boah, das war außen drauf. Wäre so, da bin ich nicht der Einzige. Ein Kumpel von mir eben auch so, der will sich auch das komplett selber ausbauen. So, ich glaube, in drei oder vier Jahren oder so will er mal eine Tour machen oder so. Also, bis dahin. Finde ich schon cool. Aber da musst du halt auch im Endeffekt, wenn wir jetzt wieder so bei Sachen sind, die du brauchst, und musst du halt auch im Endeffekt darauf hinsparen, ne? Musst halt auch wiederum Wege finden, um dir Geld zu sparen. Und da sind halt im Endeffekt, vor allem wenn du normal arbeitest, gilt es halt daran, vor allem deine Fixkosten zu senken. Was brauchst du? Was brauchst du nicht? Das sind die kleinsten Dinge teilweise, wo du dir dann schon denkst, hm, kann ich das weglassen oder so? Deswegen finde ich, macht es echt Sinn, sowas wie Ausgaben halt auch wirklich zu tracken. Also, so wirklich zu tracken und zu sagen, hey, das brauche ich, das brauche ich nicht. Ich arbeite jetzt auf das und das hin. Wir haben ja wieder so beim Thema Ziele und sowas. Das musst du ja auch irgendwie erreichen. Geht nur, wenn du auch die nötigen finanziellen Mittel dazu hast. Könnte man an der Stelle wieder so ein bisschen als Spartipp nutzen. Setzt euch Ziele, wo ihr sagt, boah, das hätte ich eigentlich gerne. fangt an, darauf hin zu sparen oder fangt an, euer Geld anzulegen und habt Geduld und zieht das weiterhin durch und irgendwann, ey, ich habe das Geld hier und dann könnt ihr euch nochmal überlegen, will ich mir das jetzt wirklich kaufen oder will ich es mir nicht kaufen und das Geld, sage ich mal, ein bisschen weiter für mich arbeiten lassen, weiter investieren oder whatever an der Stelle. Macht euch so ein bisschen Ziele. So könnte man das zum Beispiel auch angehen an der Stelle. Finde ich einen guten Punkt, ja. Ziele sind nicht nur in dem, ich sage jetzt mal, im Kopf wichtig, sondern im Endeffekt auch auf sowas, wie du es gerade gesagt hast. Auf Ziele hinarbeiten, im Endeffekt. Und ohne Ziel kommst du nicht weit. Ein sehr wichtiger Punkt. Wenn du kein Ziel hast, dann kannst du sagen, okay, ich spare mir jetzt hier 1.000 Euro zusammen und dann, ja, für was? Im Endeffekt gebe ich es dann eh wieder für irgendeinen Schmarrn aus, so gefühlt. Deswegen ist es schon wichtig, da auch in dem Bereich irgendwie Ziele zu haben. Definitiv. Und das Geld fliegt mir schnell zum Fenster raus. So, wenn man das Ganze mal so ein bisschen hochrechnet als Raucher, wie viele Schachteln kippen raucht man in der Woche? Ich weiß nicht, hast du da so einen Schnitt im Kopf? Boah, gute Frage. Ich hätte jetzt mal gesagt, alle zwei Tage eine. Okay, und was kostet so eine Schachtel? Zehner. Kann man das nehmen? Ja, du sitzt einfach mal hoch und machst jetzt echt mal einen Zehner. Keine Ahnung. siehst du, sagen wir in der Woche mal drei Schachteln. Mal zehn sind 30. Mal vier sind 120. Wenn ich sage, alle zwei Tage, dann machst du mal vier, dann bist du bei 40 Euro in der Woche. Mal vier bist bei 160. sind 160 Euro im Monat, die mal eben angezündet werden, wortwörtlich an der Stelle. Siehst du, du musst es nur halbieren, dann hast du schon mal 80 mehr im Monat. Genau. So, und jetzt kommt nichts mit dem Argument, einfach Big Packs kaufen, die sind größer und halten länger. Bullshit, Leute. Die sind schneller weg. Ich habe ein anderes, im Ausland kaufen. Es gibt ja noch mehr Möglichkeiten. Okay, nee, wir ziehen das jetzt hier nicht auf Kippen, wir wollen hier niemanden zum Rauchen animieren oder sonst was. Das war jetzt einfach nur so. Das ist nur das Simpelste eigentlich. Was willst du eigentlich von mir? Nee, also geht darum, aber man kann es als Vergleich ein bisschen setzen. So, Vergleichspreise oder wie wir es am Anfang hatten, beobachte das über, drei, vier Tage fand ich ein bisschen kurz, was du gesagt hast, aber so über ein paar Wochen oder so, brauchst du das wirklich so? Immer mal so die Frage stellen, ne? Weil das habe ich früher auch gerne gemacht, boah, ja, ich habe jetzt hier beispielsweise damals PS4, brauche ich unbedingt? Nee, habe ich dann im Endeffekt nicht gebraucht, wenn ich es dann mal so über ein paar Wochen so Revue passieren lasse, weil ich eh keine Zeit hatte zum Zocken. Das sind dann immer so Sachen, ein bisschen so Revue passieren lassen, und was man da nicht braucht. Was ich aber, was eigentlich so ein Ding, Grund war, was wir im Urlaub dann eben drüber gesprochen haben, was ich so krass fand, hast du schon mal Urlaub selber gebucht? Oder wie machst du das normalerweise? Ja, so, ich war bis jetzt noch nicht wirklich viel weg, sage ich mal. Einmal auf Lanzarote gewesen, so Rentnerinsel mäßig ein bisschen, ohne das jetzt Werten zu meinen an der Stelle, aber waren halt mehr ältere Herrschaften halt unterwegs. Es war halt schön entspannt und alles mögliche Pipapo und Tralala und hast du nicht gesehen? Da habe ich das selber gebucht und der letzte Große war halt Thailand an der Stelle. Da hatten wir halt den Vorteil genossen, okay, mein Vater und Frau hatte dort eine Villa gemietet mit Pool und Pipapo und Tralala, hast du nicht gesehen? Und wir mussten halt nur den Flug bezahlen. Dann sind wir halt relativ günstig da durchgekommen, sage ich mal. Hinflug hin und zurück, 2000 Euro. Aber habt ihr zum Beispiel Reisebüro gemacht oder habt ihr wirklich selber online? Ich würde auf gar keinen Fall ins Reisebüro gehen. Ich würde online gucken an der Stelle. Ah. Weil das ist nämlich so ein Punkt. True Story, mal so am Rande. Ich wollte früher, war immer mein Traum, im Reisebüro zu arbeiten. War immer so, weil ich gerne gereist bin und dann hatte ich immer so Bock, ja, einfach im Reisebüro zu arbeiten, weil es einfach einen liegt. Das wäre dann so, ich sage jetzt mal, Traum zum Beruf einfach so was zu machen. Jetzt mal, um es einfach zu sagen. Und was mich immer und wirklich immer da angekotzt hat und es war nur ein Praktikum von zwei Wochen, du musst den Leuten im Endeffekt das verkaufen, was das Reisebüro anbietet. Und das war dann immer, so im Nachhinein, war es einfach eine absolute, in Anführungszeichen, Abzocke meiner Meinung nach. Weil du, ich reise seit Jahren nur noch, indem ich im Endeffekt selber suche. Da gibt es Reiseportale. Für Flüge kann ich euch das Skyscanner empfehlen, wo ihr jeglichen Flughafen eingeben könnt. Und von wo, klar, es spielt ein bisschen Flexibilität natürlich die Rolle, aber ich finde es trotzdem immer noch günstiger, alles selber zu buchen, alles rauszusuchen, anstatt ins Reisebüro zu gehen. Und jetzt? Du dann online pauschal reisen, sage ich mal so, Hotelflug in einem, sondern buchst du alles separat? Ich habe bis jetzt, ich habe bis jetzt alles immer separat gebucht, weil es günstiger war. Und wie ist das dann mit dem Transfer geregelt? Kannst du auch selber machen? So eine Hotelanlage? Ja, das ist entspannt. Kann ich auch empfehlen, Shuttle Direct zum Beispiel gibt es da. Du fährst mit den gleichen Bussen, mit denen die Leute, die eine Pauschalreise gebucht haben. Und das dauert fünf Minuten. Und bei denen klingelt es in der Kasse. Ja, richtig. Und das war bis jetzt immer billiger als Beispiel oder sowas. Mallorca oder sowas, absolut easy. Kannst mit Ryanair, kannst du von überall fliegen im Endeffekt. Buchst dir ein Hotel, Trivago, Check24 als Vergleichsportal nehmen und dann deinen Transfer, gibst du nur noch ein Hotel, Abflugzeit, fertig und du bist einfach, du sparst ein paar hundert Euro. Ich habe das mal als Beispiel jetzt meinen letzten Urlaub, wo ich hatte, mal als Scheiß einfach als Pauschalreise eingegeben mit ungefähr gleichen Flugdaten. Die waren sogar beschissener, glaube ich. Und da hätte ich einfach mal 300 Euro mehr für drei Tage gezahlt. Oder vier Tage, wo ich weg war. Und das ist dann schon viel. Also fast das Doppelte oder ich sage jetzt mal 30 Prozent Preisaufschlag. Und deswegen, das war nämlich so ein Punkt, wo wir uns dann eben im Urlaub unterhalten haben. Und das finde ich halt so krass, warum viele trotzdem immer noch so ins Reisebüro gehen. Obwohl du heutzutage das Mittel des Internets hast und jeder hat Apps und sonst was. Also verstehe ich nicht. Machst du denn dann, wir bleiben jetzt mal ganz kurz noch bei dem Thema Urlaub. Bleibst du, machst du denn dann quasi so all inclusive, organisierst du dir das selber? Hast du da schon Vergleichsergebnisse so ein bisschen? Ich organisiere, ja, je nachdem, wie ich Bock habe. Also ich bin kein All-Inclusive-Fan mehr. Ich bin aber ehrlich, einmal im Jahr habe ich Bock. Einmal im Jahr will ich einfach nichts machen, auch wenn ich es nicht brauche. Sage ich jetzt einmal mal so Mittagessen und sowas brauche ich nicht. Aber ansonsten buche ich entweder Halbpension oder Frühstück nur. Ist entspannt, weil du willst ja auch mal abends irgendwie was essen. Du willst ein bisschen flexibler sein und sowas. Dann gehst du halt mal irgendwo essen. Und manchmal hast du dann vielleicht auch über Google Maps oder so, findest du ja auch Restaurants oder sowas, die gute Bewertungen haben. Und so mache ich das da meistens. Nö, ist ja entspannt. Ist eine super Sache. Ich meine, ich bin bis jetzt immer so sehr, sehr all inclusive Fan, sage ich mal. Wobei in Thailand hatten wir es nicht. Da hatten wir einfach nur Wohnungen. Der Rest war yours. Und da sind wir dann halt auch abends immer essen gegangen quasi und pipapo und tralala. Aber da sind wir jetzt schon mal beim nächsten Thema, wo man Geld sparen könnte. Thema Essen-Game. Wie oft gehst du im Monat essen? Maximal einmal. Ja. Und wo? Was ist dann so die Region? Oder Essen bestellen auch an der Stelle? Gar nicht mehr fast. Also ich habe früher, bin ich ehrlich, mindestens ein, zweimal die Woche essen. Ein, zweimal die Woche essen, bestellt über Lieferanten und sowas. Das war im Endeffekt der größte Fehler, den du machen kannst, weil das einfach preislich gesehen schweineteuer ist und im Endeffekt hast du danach manchmal doch wieder Hunger, weil die Portionen nicht so groß sind und ansonsten einmal im Monat meistens Grieche. Oh, lecker. Und danach ein schöner Uso und gib ihm. Naja, ich trinke keinen Alkohol mehr, weißt du doch. Ja, gut, aber sehe ich genauso. Das meiste könnt ihr, finde ich persönlich auch, besser zu Hause machen. Wenn ihr in ein Restaurant geht und irgendwas mit Hollandaise-Sauce oder Bernays-Sauce bestellt, was glaubt ihr, was ihr bekommt? Selbstgemachte? Haha. Ne, da kriegst du die letzte Packung aus und was weiß ich, Aldi oder Lidl oder so. Ne, ich glaube, die kriegen schon so Lukul-Vernays-Sauce. Das trau ich dir schon noch zu. Ja, also ich kenne es. Ich habe eine Zeit lang in einem Imbiss gearbeitet und da gab es halt wirklich Lukul-Sauce, aber gut, ist halt auch Imbiss gewesen. So und sowas wie Steak essen gehen, mache ich persönlich auch nicht mehr, denn ganz ehrlich, das mache ich mir lieber zu Hause selber in der Pfanne. So, dann schmeckt das meistens besser, holst du dir meinetwegen auch beim Lidl, habe ich bis jetzt sogar immer die Besten bekommen, nicht mal bei Edeka in der Theke oder so. Holst du dir selber, zack, bretze dir selber schön in deiner Stärke. Im Vorfeld salzen und pfeffern, nicht danach, Freunde, ganz wichtig. Rosmarin dazu, Butter, Feierabend. Viel besser als im Restaurant. Ungelogen. Ja, das macht schon viel aus. Also ich bin auch eher so, selber kochen und dann auch die Ausgaben, sage ich mal jetzt so. Das Ding ist, es würde mir nicht mal schaden, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich würde jetzt zwei, drei, viermal im Monat essen gehen, aber ich bin halt einfach nicht der Typ dafür. Das ist halt wieder so dieses in Anführungszeichen geizig, je nachdem, wie man es nennen möchte. Oder einfach dieses bewusste Leben. Einfach so, man muss es ja nicht immer machen. Es soll ja auch irgendwie was Besonderes sein. Wenn du jetzt jeden Tag essen gehst, ist es nichts mehr Besonderes, so gefühlt. Aber ja, das ist auch Möglichkeit auf jeden Fall ein bisschen zu sparen und Lieferant auf jeden Fall zu lassen. Also natürlich kann man das mal machen, wenn man vielleicht mal feiern war und so keinen Bock hat zu kochen. Aber auch dann ist es billiger. Kauft dir eine Pizza vom, keine Ahnung, Dr. Edgar oder sowas. Beim Rewe sind wir noch 10 Euro oder 15 Euro billiger, als wenn du jetzt eine bestellst. Das sind alles so Punkte. Definitiv. Und den Extrakäse, den man sich dazu kauft, der hält auch für zwei Tage. Richtig. Du kannst am nächsten Tag noch mit Nudeln und Spinat essen. Richtig. Was ist jetzt so abschließend dein goldener Tipp? Goldener Tipp ist auf jeden Fall, um jetzt mal auf den Abschluss zu kommen, auf jeden Fall bewusst einzukaufen. Das bedeutet aber auch Shopping und sowas. Einfach mal sich in Gedanken zu setzen, braucht man das Ganze? Braucht man das ganze Shopping? Braucht man das Essen gehen? Einfach mal bewusst drüber nachzudenken. Und ja, im Endeffekt, das ist so eigentlich so mein Haupttipp. Einfach bewusster und nicht so konsumiert durchs Leben zu laufen. Und so einfach, ich brauche das, ich brauche alles. Nein, du brauchst nicht alles. Du brauchst das Nötigste zum Leben. Und das war es eigentlich. Und deiner? Ich kann mich dem eigentlich fast nur anschließen. Und das Einzige, was ich dazu vielleicht noch sagen würde, wäre, Strukturen bauen. So, ich versuche in dieser Woche von 70 Euro zu leben. Und dann guckst du mal, dann fängst du an zu überlegen. Ich kaufe nicht mal eben das, ich kaufe nicht mal eben das, sondern dann fängst du an Preise auch mal zu vergleichen. Der Laden ist da was günstiger, der Laden ist da was günstiger. Und sich dann so ein bisschen Strukturen da halt auch reinzubauen, dass das halt auch langfristig gesehen zu einer Routine wird, wenn das halt das Ziel für einen ist. Finde ich gut. Guter Tipp. Boing Flip. Perfekt. Nee, ist noch ein bisschen zu früh. Aber für die heutige Folge sollten wir da jetzt auf jeden Fall fertig sein. Wir haben die 30 Minuten Schallmauer, glaube ich, jetzt auch gerade geknackt. Auf jeden Fall bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören. Und ich habe es den Jungs auch schon gesagt in der Gruppe. Wir würden gerne Fragen sammeln von euch. Wir wollten mal gerne so ein kleines Q&A machen. gerne jederzeit in die Telegram-Gruppen von uns reinschreiben. Verlinkt die natürlich noch unten dann auf YouTube natürlich unten dran. Und dann könnt ihr uns ein paar Fragen stellen, die wir vielleicht auch mal im Podcast behandeln sollen. Also einfach jederzeit Fragen stellen. Wir werden es aber noch, denke ich, auch noch mal separat auf jeden Fall posten in den Gruppen. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche dann wieder noch mal zu einer normalen Folge, wo dann die zwei Special-Folgen kommen. Und damit würde ich dir wie immer das letzte Wort geben. Eing-Flip.